Ah, okay, dann gehörte das gar nicht zur, zur Quest. So. Was ist denn das? Ich kann die Spins da treten. Ist ja geil. Also, ich kann... Naja. Boah, was ist denn das? Ihhh, na sag mal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Als wenn das im Kerker sowas gibt. Ja, ich hab aber gesehen, hier geht's auch weiter. Genau, hier. Das ist doch nicht normal. Hä? Da komm mal her, du komische. Okay. Gott, ey, das... Entschleime! Mhm. Ja, klar. Ist das bescheuert. Das hab ich gesehen. Noch eine Silberne. Na, sieh mal eine an. Oh, was ist das denn schon wieder? So rein damit. Los. Zwei müssen... Okay, da müssen also zwei rein. Oh, die armen Schnecken, ey. Oh, nee. Und hier... Oh, was ist das denn hier alles? Heftig. Achso, jetzt... Ähm... Nee, warte mal. Mensch. Hör mal auf, hier mich anzuscheißen. Das ist voll blöd, wenn die... Man, wie soll ich den denn da wegkriegen? Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir müssen... Also, hier muss eins hin und da. Ja, genau. Komm mal hierher, bitte. Genau, so, dann kommt der jetzt in die Augen hin. Mann, hör auf damit! Oh. Oh, du Scheißvieh. Ich nehme mal so einen Frosch hier. Komm her. Mann, der soll da mal rauskommen. Kannst du nicht mal herkommen? Weil das blöde ist, ich krieg... Oh, der geht da nicht weg? Hä? Wie konnte der mich denn treffen, bitte? Ich probier's mal so. Ja, dann hat... Der hakt sich hier immer fest. Seht ihr das? Oh, jetzt schießt der wieder. Flipendo! Also. Flipendo! Flipendo! Mein Gott. Ja, zum Glück ist das überhaupt nicht übertrieben hier. Entschleimen. Ja, das war ja jetzt richtig doof. Na ja, egal. Entschleimen! Ähm... Komm ich da irgendwie hoch oder so? Ach, da muss ich hin. Ah, okay. Ey, wer hat sich das denn hier wieder ausgedacht? So, einmal. Flipendo! 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 Alohomora! Ich glaub, die lassen manchmal auch Karten. Flipendo! Nee. Alohomora! Es ist schon die dritte, die ich hier finde, ne? Entschleime! Boah, na, sag mal. Rikku Sempra! Boah, ist das übertrieben, ey. Alohomora! Oh, nicht schon wieder! Entschleime! Hau ab! Mensch! Oh! Oh! Huch, wo bin ich denn? Flipendo! 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 Ach, na klar. Natürlich. Achso, und dann muss ich nach unten. Ach, komm. Flipendo! Runter. Flipendo! Was die für Geräusche macht. So. Ja, jetzt sind wir noch grün, oder? Flipendo! Sieht doch gut. Ah, ne, blau ist noch im Weg. Flipendo! Aber das müsste doch jetzt... Oder? Ich weiß nicht. Wenn der da nicht so in der Ecke wäre, ne? Das Problem ist, ich krieg den da halt nicht weg. Komm mal her, du. Hallo. Ja, genau, komm. Also, ich muss ja schon sagen, die machen schon sehr witzige Geräusche. Also... Die sind schon lustig. Flipendo! So. Kann ich hier einfach rüber? Ja, ne? So, okay. So, okay, müsste doch gehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ah, Mist. Ne. Ah. Hallo, Aurora! Hallo, Aurora! Ah, guck mal. Ah, guck mal. Nintendo! Okay, also, ich muss... Äh, was ist hier? Bin ich von ihr gekommen? Ah. Hallo, Aurora! Hallo, Aurora! Hallo, Aurora! Flipendo! 2-2. So, das heißt... Also, da muss ich wahrscheinlich weiter. Das heißt, ich muss das Rote nochmal wegmachen. Und, ähm... Ich weiß nicht, ob hier noch mehr Geheimgänge sind. Also, rot nochmal. Hier. Das müsste doch jetzt eigentlich... Moment, hab ich das richtig gesehen? War da irgendwo noch ein Geheimgang? Warte mal. Ja, da bei dem Grün war noch ein... war, glaube ich, noch einer. Flipendo! Da, wo das blau ist, links. Das macht... Ah, komme ich da überhaupt hin? Flipendo! Doch, das müsste... Eigentlich? Weiß ich nicht. Ich guck mal. Ne, scheiße. Jetzt hab ich mich total... Äh, das ist ja doof. Jetzt komme ich da gar nicht hin. Ach. Hier. Flipendo! Oder, Moment mal. Flipendo! Ja, und jetzt noch mal. Flipendo! Ich glaube, ich kann jetzt... Ich glaube, jetzt geht es. Ich glaube, genau. Jetzt kann ich nämlich hier hin... Ja, doch. Ja, und dann... Oh, Mist. Verdammt. Weil ich meine nämlich, dass ich hier noch was gesehen hatte. Aber jetzt ist das Lilane davor. Mann. Scheiße. Mensch. Aber warte mal. Ich mach... Flipendo! Rot. Jetzt ist das zu. Ach komm, egal. Flipendo! So, Lila. Flipendo! Und grün. Flipendo! Ja, und jetzt müsste ich durchkommen. Genau. Müsste gehen, ne? Ja. Naja, egal. Hauptsache, ich komme hier mal weiter. Oh, wie schön. Kann ich hier alles kaputt kloppen? Da ist noch... Brinde. Ui. Einfach mal alles klauen, Lila. Warum hat denn der Bohnen im Regal? Ist ja auch ein bisschen müde, wa? Ist ja ganz schön mutig von Harry, auf jeden Fall. Flipendo! Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier nicht mit dem Tarn umhängt. Oh, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Entschleime! Hallo. Entschleime! Ach, jetzt muss ich auf dieses Ding da rauf. Rücksicht die Sembra! Entschleime! Entschleime! So. Entschleime! Mein Gott, ey. Ist das übertrieben gemacht. Oder wie seht ihr das? Also, ich weiß ja nicht. Entschleime! Entschleime! Oh, komm ich da rauf. Da ist noch so ein Kelch. Flipendo! Äh, äh, Kessel und Kelch, Mensch. Oh, das war ja ein guter. Oh, Mist, da komm ich gar nicht rauf. Ah, okay. Mann, was ist denn das hier? Ist ja ein halber... Halber Kletterpark hier. Ja, da ist noch... Ja, da ist noch... Meine Güte, ey. Ist das übertrieben. Oh, nee. Ach, da ist noch so ein Blumen. Kann ich eigentlich mal nehmen? So, da habe ich gesehen. Da habe ich gesehen, ist noch ein, äh, Lumos-Vieh. Flipendo! Aha. Na dann. Entschleime! Richtig Sembra! Richtig Sembra! Entschleime! Oh. Ih, was ist denn... Achso, ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Achso, die kommen wieder, oder was? Oh, na klar. Äh! Hilfe! Voll ins Wasser. Oh, scheiße. Ach ja, genau. Jetzt start... Och, nee. Schon wieder ins Loch. Flipendo! Jetzt echt alles nochmal, ne? Mann. Und dann immer diese vereinzelten Bogen hier über alles. Ja, cool. In Schleime! Ja, jetzt kommt das wieder, genau. Ja, komm doch mal jetzt her. Ach, warte mal. Kann ich nicht einfach... Entschleime! Ach ja, guck mal. Kann ich doch einfach so machen. Ach, Mensch. Richtig Sembra! Da habe ich es mir ja unnötig schwer gemacht. Richtig Sembra! Allo Humora! Flipendo! Hier ist noch so ein... Hm. Ohne? Hier zwei? Ach du Scheiße! Wie gemein. Hier, ich schmeiße... Ich schmeiße... Äh... Genau. Einfach mal reinschmeißen. Ist doch egal. Boah, ey. Das ist immer so... Oh, das ist so blöd, wenn man springen muss. Über so Abgründe. Oh, da ist es schon mal. Ach, geht nicht. Geschafft. Aber da ging es doch noch weiter. Also da ging es garantiert noch weiter. Oh, was ist hier? Bin im Klassenzimmer für Zaubertrag. Ja, herrlich. Sollte mich besser vor Snape in Acht nehmen. Willst du das jetzt jedes Mal sagen? Oh. Da geht es bestimmt in Snakes Schlafzimmer, kann ich mir vorstellen. Huch, da ist der ja. Äh? Wo war denn das? War das... Ach, da. Naja, ist schon anstrengend, ne? Noch eine silberne. Also ich glaube, dass man da noch mehr machen konnte. Ich kann ja noch mal zurückgehen. Obwohl, da muss ich alles, glaube ich, noch mal machen, ne? Oh, ja. Hallo, Harry. Hallo. Ich habe zwei Hormone für den Zaubertrank gefunden. Klasse. Ich muss noch herausfinden, wo wir die nächste Zutat finden können. Aber ich werde es sicher bald herausbekommen. In der Zwischenzeit gebe ich das schon mal in den Trank. Sie gründen ein Duellierclub. Heute ist das erste Treffen. Cool. Hört sich interessant an. Geh in die große Halle, wenn du wissen willst, was ein richtiges Duell ist. Wer ist denn das eigentlich? Ist das Ron? Der hat so eine andere Stimme, ne? Mann, hör doch mal auf. Hallo, Aurora. Außerdem... Ah, schade. Hier brauche ich Elasto. Das kann man sich doch alles gar nicht merken. Ich glaube, wenn ich alle zauberen kann, muss ich wirklich noch mal das ganze Schloss erkunden. Ja, wieder mal die Musik hier. Uh, Zauber-Duell-Duellier-Club. Ach, deswegen die Musik. Äh, geht's dir gut? Äh, geht's.